Malzeit Leute, sind wir wieder bei Sazaworld und ja jetzt. Ah ok. Oder so. Okay, war's da schon wieder. Hallo wieder, kleine Weasel. Ich muss sagen, du hast mich überrascht. Ich habe fast alles, was ich hatte an dich. Und du hast alles überrascht. Und du hast alles überrascht. Gut gesehen, Kapitän. Wir beide spielen unsere Rolle sehr gut. Aber es scheint, dass du den Weg hast. Ich kann dich schrecklich überrascht. Du bist wunderschön für ihn, Wilhelmina. Gut gemacht. Mutter, du bist жив? Und du bist noch auf Gorgon? Ich höre am Schluss zu. Das ist so du, Mutter. Du hast dich nicht geholfen, wo du nicht brauchst, und am schlimmsten Moment. Ich werde dich verraten, dein Vergnügenprojekt? Du wunderschön, kleine Twit. Du bist wieder zurück, um alles wieder zu verraten, Mutter? Zumindest diese Zeit habe ich dich zu verraten. Kapitän, das ist eine Erregung. Lange uns unsere Unterschiede auszudänen. Und wir uns auf was geht. Der Zeit von Adrenatimet muss niemals von der Zeit gereinigt sein. Ich könnte nicht man die Fälle, aber ich werde alles Lobe erfahren. Ja, ähm, eigentlich nicht. Ja, ähm, eigentlich. Ja, ähm, eigentlich. Ja, ähm. 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 Stromversorgung. Stromversorgung wieder herstellen oder okay, wo muss ich jetzt überhaupt hin? Wir fahren jetzt einmal zum Groundbreaker. Um die alte da weg zu kriegen. Okay, sie ist weg. Okay, sie ist weg. Dann ist er halt schon weg. Mal sehen, wie er halt jetzt zurück zu kommen. Ähm. 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 Ah, ich, er kümmere es, wie ich ihn keyword habe Glockenswhich somit genießen können, bei dem es fertig ist esishi. Und um dann damit ich ihn um序wann, bei dem es fertig ist. Wir machen erstmal Ambrose-Mono. 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 Ambrose-Mono zatalne tez objections. Oh, Maschinen hier, küm! Willhelmina She's my daughter. This should be easy. How can a mother not know how to talk to her own daughter? My love I can no longer For your safety I must My love I can no longer For your safety I must Oh hell Even if she despises me for what I what I had to do I should still be able to say goodbye Minnie I have to leave and I don't intend to come back beginning I have to leave and I don't intend to come back I love you I'm so sorry I'm so sorry This is pretty cool, yeah Nice to meet you I haven't dos ligary Oh yeah I don't intend to me I don't want to go Here we go Keep the hearse I don't want the greys It will come back Let it be No Here we go To shoot Let the greys i need aigger I can't wait I can't wait We're gonna move Das war's für heute. Das war's für heute. sind die noch mehr okay Sure. Heading back. Nice going. Sure. On my way. Sure. Be right there. Oh, yeah. Mm-hmm. Where do I see him? There. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Wow. Junge, das habe ich jetzt nicht kommen sehen, ne? Das habe ich jetzt wirklich nicht kommen sehen, dass die so hart ist. Ja, bleib da. Okay, ein Brennfleck gefunden. Das war das, also das NDA-Protokoll. Und somit, ja. 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 So ist es jetzt auch das vorbei. Da haben wir schon mal einen Teil der Geschichte zu Ende gebracht. Da haben wir einen Geist. ja 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 es ist mir leid mit der Tochter ist mir leid mit der Tochter Es ist lustig, wenn Spacer's Choice released Adrena Time to the public und die Marauder Crisis begann, und ich habe alle die Gorgon-Facilität gezwertet, dachte ich, das war der Ende für mich. Dann bist du, und du alles verändert hast. Ich finde mich jetzt an den Körpersen, Kapitän. Vielleicht finder ich ein schönes bisschen Bord-Hole in der Ather und versuche, um ein Low-Profile zu halten, wie sie sagen. Vielleicht finder ich ein sootend, useless Hobby, wie ein Wartier-Color-Painter. Spacer's Choice will want to take their turn at Revenge, und ich würde lieber nicht... Wilhelmina's Artwork! Oh, schau mal! Es ist einfach... Wartier! Wartier! Das ist kold, sogar für sie. Oh, bitte. Die Farben sind schäuert, die Schäuert sind alles falsch, und es sieht nichts wie ein Kanid. Kann ich das? Ich nehme das als ein Ja. Danke, Kapitän. Ich denke, es wird ein Schäuert sein, auf den Schäuerts von meinem Geheimdienst. Memorien und all das. Ich nehme das ein Tag an einem Tag an einem Tag. Ich gehe, wenn ich muss. Ich gehe, wenn ich muss. Ich schaue, wenn ich kann. Es gibt keine Gläufe. Aber ich bin stolz, die Zeit hinter mir zu stellen. Wo wird die Zukunft führen, Kapitän? Ich wünsche nichts mehr von der Heroin Gorgon. In jedem Fall, ich glaube, das ist der Ende. Und so. Und somit haben wir schon mal eine Story vom Gorgon so beendet. Also wir müssen das ja normal machen durch die Trophäe. Also zweimal noch. Ja, das war schon mal der eine Teil. Also bis zum nächsten Mal. Macht es gut.